Hallo meine Lieben, heute bin ich mal in Schwentinenthal und ich würde ganz gerne einmal zum dänischen Bettenlager mal gehen, weil ich da eigentlich sowieso ganz gerne bin. Und da hatte ich mir letztes Mal was rausgesucht, was ich eigentlich hätte schon letztes Mal mitnehmen können, aber habe es irgendwie nicht gemacht. Und dann dachte ich zu Hause, Mensch hättest du das bloß mitgenommen. Und jetzt gehe ich da mal rein und guck mal, ob das noch da ist. Die haben hier so ein bisschen umgebaut, habe ich gerade gesehen. Ich glaube, es ist weg. Das ist ärgerlich. Das ärgert mich jetzt. Da sind meine Sterne. Doof. Ich glaube, es ist ausverkauft. Ich glaube, die sind weg. Das war ein Buchsbaum. Das sehe ich nicht mehr. Schade. Kann man, glaube ich, gar nichts machen. Das sind auch supertolle Sachen. Riesenkranz da unten. Aber die habe ich letztes Mal gesucht und nicht gefunden. Das ist ja cool. Dann nehme ich das heute mit. Das ist gut. Super. Super, super Haushaltssachen. Ja. ,on Tücher, Geschädstücher. So, hier sind ein paar Möbel. Hier ist es ja schön, auch ein paar Körbe, ein paar Körbe sind hier, sind auch cool. Ich habe gerade gefragt, wenn diese Buchsbäumchen wurden verkauft, letzte Woche, das waren nur zwei Stücke, jetzt kriegen die doch gar nicht mehr wieder, vielleicht versuche ich es mal online, mal gucken, aber ich habe hier schon was gefunden, das ist richtig cool. Schauen wir hier, hier sind ein paar Sitzkissen und was ich hier noch sehe, sind Teppiche, Läufer, nur mehr Sitzkissen, also so viele Sitzkissen, ich glaube, da hat nicht mal Ikea, Wahnsinn. So einen hatte ich letzte Woche schon geholt, den hier in Beige für die Küche, habe ich in der Küche liegen jetzt. Ja, cool. Ja, ich glaube, das war es dann von mir, ich gehe jetzt einmal in die Kasse und bin schon mal echt erfreut, dass ich das mal gefunden habe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Musik